hallo leute und willkommen zurück ich bin's YumaYan und Dragon Ball Raiding Blast 2 geht weiter ja jetzt machen wir den nächsten Kampf bei Tiguan ich würde mal sagen wir machen erstmal den weil da geht es ja dann zum Endkampf hin und ja da spielen wir gegen Cell Junior und ich schätze mal der Endkampf oder sind zwei keine Ahnung aber ich schätze mal da wird Cell auf jeden Fall auch dabei sein weil ich einfach sagen weil Tiguan spielt ja gegen Cell eigentlich also ist ja der Endgegner und ja so besiege Cell Junior in 120 Sekunden damit beginnt mit Hochspannung ja das wird wieder das sein wo dann ganz viele hintereinander kommen schätze ich mal gut dann fangen wir einfach mal direkt an mal gucken vielleicht kann ich ja auch direkt am Anfang des Spiels in Super Saiyan 1 gehen weil den hab ich ja auch schon freigeschaltet ja cool ah ja geht schön äh los los BAM 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 und er hat es wird knapp trifft das noch ja schön das war doch eigentlich eine nice Combo würde ich sagen oh 30.000 nice nice oh der ist schon tot aber hat wahrscheinlich wieder weniger Leben als die anderen hatten wir jetzt schon manchmal dass der erste weniger hatte aber gut ich bin aber auch okay also was sollen die machen ne ach ich habe jetzt ich glaube ich habe jetzt rausgekommen wie man da den noch verfolgen kann ey zack nein ach jetzt habe ich gefehlt nochmal so ja nice jetzt weiß ich das ey also kann die wahrscheinlich sogar immer verfolgen nur ich war ja was heißt so dumm ich habe das äh ich wusste das nicht ja und diesmal hat er es nicht nochmal gemacht ich bin gut und ja schön gut jetzt weiß ich zumindest wie man die dann immer noch verfolgen kann ich habe da einfach gefehlt zack zack nice dass ich das jetzt auch noch rausgefunden habe das gibt mir natürlich jetzt auch wieder einen vorteil und ja ich mache gleich nochmal hochspannung so schön dann steigt man in die luft zack los nice nein 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 ich hasse das wenn die super angriffe machen niemand auch so schlecht ausweichen kann man egal äh ja danke so super kamiami aah bomb da hat sogar nochmal 4000 schaden mehr gemacht nice nice lol ok nein 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 mann ich hasse euch ok das möchte ich auch mal probieren diese überkreisen die auch irgendwann attacken also da möchte ich jetzt erstmal alter ist ok mein gott dann mache ich das halt im anderen kampf weil das hier vielleicht auch ein bisschen dumm weil hier habe ich ja nicht unendlich Zeit ich will auch ein bisschen was schaffen ja danke nein alter ich bin jetzt wieder zu dumm dafür alter ich bin wieder zu dumm zum kacken man so jetzt aber so zack 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 äh oh gut nächster k.o. aber ich schätze mal noch einen schaffe ich nicht vier sekunden sind ein bisschen wenig die kreisattacke probiere ich dann im nächsten kampf weil oder ich schätze die noch hier ja ok das ist die gut äh ja kaiser tanken sind glaube ich nicht so stark sind einfach kurze kombos oder so mal aber bei vegeta fand ich ziemlich gut ich weiß nicht mehr bei welchem vegeta das war äh ja gut äh andere mission wählen jep äh das war ab des bloßgang habe ich jetzt gar nicht mehr darauf geachtet äh genau egal ja super side ne oh no move nein explosiver dämonen einschlag hm vielleicht das könnte eine kombination sein mal gucken äh auf jeden fall maximal wird er sich erhöht schön da werde ich dann gleich auch noch objekte mal ausrüsten äh ja ja ich hoffe zum gogo super side hä was sag ich zum gogo ich hoffe den super side 2 von teen gohan schalte ich auch jetzt den next mal frei im next weil super side 2 von teen gohan finde ich auch für den ich einfach irgendwie ist geil äh so ich guck mal und verzeihlich ja ich nehm das mal und dafür da wenn du die auf dem bildschirm angegeben hast nach einem super angriff drückst wiederholst du den angriff mehrfach achso das ist sowas dann muss ich wahrscheinlich wieder direkt vor den gegner stehen und dann mehrmals äh äh viereck drücken und so aber mach ich trotzdem lieber als unverzeihlich weil sowas setze ich eh nie ein ne so jo gut dann mach mal eine hier ich will auch noch objekte ändern so objekte äh äh ich jetzt erstmal hier genau kampfstack wieder ist ja auch sehr nice und dann noch nahkampf objekte das oh ladungsangriff öh die stärke von ladungsangriffen ok hm mal gucken ob ich das auch noch rein tue weil das ist eigentlich auch ganz nice und das hat halt 10 kosten mal gucken vielleicht warte ich dann einfach jetzt oder ich überlegs mir noch mal gucken weil das ist eigentlich auch ganz nice das mache ich ja auch eigentlich relativ oft wenn die gegner ist dann nicht am blocken hehehe und so kämpfen wir jetzt ich glaube zum dritten mal gegen Dämonen König Dabura ich bin mir grad nicht sicher aber ich glaube wir haben sogar immer mit Song Gohan kann das sein ich bin mir nicht sicher aber ich glaube schon soo wat labert ihr ich frage mich ob ein Super Sai ob ich ein äh breiter ok bist du so ein Super Saijin hier zack hier jetzt bist du Super Saijin hehehe soo zack 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 guck hier direkt ein Ladungsantritt bam bam und ach warum ist der gegen die Wand geprallt man hehehe wie hat der mich denn da runter gehauen WTF nein äh hallo ha cool ich hab's geschafft beim ersten mal im Totoo habe ich das eben oft gefehlt alter ja erhol dich soo danke zack 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 bam 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 zack bam nochmal hoch und jetzt aber jetzt trifft es ja nice nein ich wollte ich war nicht nah genug dran sonst hätte ich diesmal den Griff auf den Boden geschafft ey man leih äh ok das war nice äh das war Zufall aber gut ich hab da nix gegen würd ich sagen das heißt würd ich sagen ich hab da nix gegen leih leih ETF ist dann auf mich zugerast nein du Monster alter ja ja nice perfekt abgepasst Mann war das in Ordnung nein doch natürlich ich bin stolz auf dich Gohan so L1 blablabla blablabla oh man äh ja da kommt ne doch auch nicht jetzt kommt noch keine neuen Kämpfe aber jetzt kommt wieder ein Zeitkampf irgendwie mag ich Zeitkämpfe nicht auf wenn die meistens gar nicht so schwer sind aber egal äh ok ähm Bild freigestaltet noch berühmte Szene sie haben ein Trophäe verdient ok äh äh oh jetzt kämpfe wieder gegen C17 und C18 gewinnen während deine Gesundheit ach dann dann ist doch noch ein Zeitkampf dann soll ich wenigstens sagen wie viel Zeit ich hab mein Gott äh ok ähm Kampfstart so 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 äh wahrscheinlich müssen wir gegen C16 gleich auch noch kämpfen äh ich schätze mal also ich bin nicht sicher ich schätze wir müssen gegen C16 noch kämpfen und ich weiß nicht ob wir dann schon die Super Saiyan 2 gegen vielleicht gegen ihn auch erst wenn wir gegen C16 kämpfen also dass wir zweimal gegen ihn kämpfen oder so könnte auch sein keine Ahnung werden wir sehen vielleicht ah ich glaube man kann sich sogar am Anfang immer direkt transformieren ich hatte als ich es schon öfter versucht habe nicht äh genug ähm hier äh ach uh äh Key und äh ja so das machst du nicht mein Freundchen und deswegen konnte ich mich wahrscheinlich nicht mehr zu transformieren weil wir hier bei so ein Goa T1 ja gut ist ja auch so ein Goa also ist ja eigentlich nicht schlimm wenn ich so ein Goa sage ähm ja äh geht das ja jetzt ging es ja jetzt bisher auch immer zack 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 äh ja komm fix mal ein Supermaszenko ab und was war das nochmal ja komm her ich glaube das ne da nicht das war genau das wollte ich auch noch zeigen ja das dachte ich mir dass es auch diese ganz vielen sind zack 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 bam 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 oh man kann sogar dreimal verfolgen okay aber dafür wird er dann wahrscheinlich so weggeschlagen oder ich hätte ihn jetzt auch noch schlagen können wenn er nicht tot gewesen wäre besiegt er worden wäre das könnte natürlich auch sein joa was willst du denn so von mir C18 ne was willst du denn so von mir zack 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 ach das ach man ey wenn ich es dann schaffe dann sollst du das nicht noch das auch noch machen ey mann und jetzt lass mich mal alter jetzt ist langsam okay sonst weiß ich das wieder zack 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 bam bam und geht doch schöne combo das hatte ich hier noch mal und verzeihlich okay und was war hier doch exklusiv sei da war die exklusiv so so damit hast du wohl nicht gerechnet war zack nice gewonnen gut gemacht gohan ja ich würde es eigentlich lesen egal zu schnell weg a++ können wir zwar nicht besser aber egal perfekt geschafft oder kommen jetzt wieder mehr kämpfe kennen wir schon alles zu der nächste galaxie mal um zell erste form okay oder es könnte natürlich auch sein dass der kampf jetzt hier noch gar nicht ist und der auch noch kommt das könnte natürlich vielleicht auch sein keine ahnung mal gucken im bonus erhalten team gohan okay wieder maximal gestiegen aber ich dachte auch noch mal neu ausrüsten bild freigeschaltet und spieldaten werden gespeichert so sehr schwer das wäre es der link noch mal somit des piccolo rechts weiß ich doch auch also der linke der fällt mir dann auf jeden fall weiß ich auf jeden fall ich weiß dass er mir jetzt drei gegnern wo das wird schwer okay und rechts weiß ich doch keine ahnung aber ich soll nicht drüber nachdenken okay genau mal gucken wir werden ja sehen ob wir hier gegen zell kämpfen mal gucken oh das werde ich sehr wahrscheinlich auch nicht machen weil ultimativ gegen fünf gegner naja ich gucke mir mal die bedingungen an und dann gucke ich weiß ich dann mache ich es vielleicht mal gucken so hier muss ich auf jeden fall objekte hinzufügen das wird echt der wird euch nicht so leicht das mache ich hoch und einstellungen beendet ich hoffe dann kriegen wir nach dem kampf zumindest mal super saison 2 den will ich jetzt auch mal haben besonders weil ich das vater sohn kam ja mir sehen will wie das hier aus über rating glass 2 und wie stark das ist natürlich auch so jetzt können wir die namen eigentlich sehen die sie reden ja meistens wie heißt er ja natürlich jetzt steht der name dann nicht egal so zack 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 äh hey dann halt mich aber mit der transformation geht es auf jeden fall dass ich den dann noch weiter auf die folge hatten wir jetzt schon öfter aber loil äh so zack 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 bam bam und nice und das war's schon gut in der zeit kann ich aufladen okay vielleicht schon die ultimative ist jetzt aufzuladen also der erste so schwer wahrscheinlich sind die gegner gar nicht so schwer nur weil es drei sind in der zeit das würde ich jetzt einfach mal schätzen äh wo bist du puh oh ne das trifft ich werde jetzt wieder ich wusste es oh leih okay dann ist er da anscheinend jetzt gerade noch irgendwie reingesprungen oh ja reingesprungen kann man nicht sagen aber reingespringt oder keine ahnung ey äh ich weiß zwar jetzt nicht wieso äh zack nein ich habe gerade noch abgewehrt und dann natürlich nicht mehr so aber jetzt nice aber jetzt ich habe gerade 32.000 schaden damit gemacht ne nicht schlecht nicht schlecht gut wir haben noch schätze ich mal eine minute Zeit weil ich glaube immer ab einer minute fängt es an zu zählen also sollten wir eigentlich schon schaffen oh jetzt hätte ich wahrscheinlich den Namen wieder kommen können aber so wichtig ist mir das jetzt auch nicht so wieder super kam ja mehr damit es leichter wird oh das hat ja schon fast gereicht der ist schon so gut wie tot vielleicht könnte es sogar jetzt nochmal machen wie okay ist das denn so zack zack und das war es schon nice so schwer war es gar nicht gut ich habe auch zweimal mit ultimate getroffen dann erleichtert das das natürlich aber hey ist doch gut ne so nächste mission wählen so so äh okay da ist sogar noch ein kampf dazu gekommen ich bin mal gucken vielleicht mache ich jetzt einfach so ja so was hat uns zwei schau schau freundlich freigeschaltet äh ja sound freigeschaltet und ein bild und ja ich schätze mal ich werde jetzt einen kampf davon machen dann den endboss und dann erst die anderen kämpfe und ja okay hier kämpfe gegen trunks und zongoten hier wird man es hier sehen wir es noch nicht und äh besiege einen mächtigen gegner der extrem verbessert ist okay ähm ja besiege einen ist gut äh das sind fünf aber kopf hoch ich glaube das werde ich auch einmal oder zweimal im nächsten part probieren vielleicht werde ich dann auch teilweise bähm ich werde es mal gucken kia holt sich stetig aber das werde ich glaube ich dann erst als letzten kampf machen ich kämpfe jetzt erstmal gegen trunks und goten so aber objekte kann ich da noch was ne ne nein gut dann werde ich euch jetzt fertig machen dann werde ich jetzt auf jeden fall super saison 2 gehen und vater sohn kam ja mehr machen weil ich glaube aber spam wird bei den gar nicht so leicht gehen weil da steht ja der stark verbessert und meistens sind die dann so dass sie einfach ab werden oder ablocken oder ausweichen oder so aber gut wird man dann hier sehen okay hier habe ich unendlich zeit für zack 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 gut äh super saison 2 bin mal gespannt wie das hier aussieht das vater sohn kam ja mehr oh der sieht geil aus er macht mich richtig heiz nein so vater sohn kam ja mehr mal gucken ja okay jetzt ja also so wie es meistens aussieht habe ich mir schon gedacht die versuchen das aufzuhalten und kommt zum wopo und hilft ihm aber gut ich finde sieht eigentlich ganz gut aus so ich glaube boten wird das aber auch nochmal zu spüren wie das vater sohn kam ja mehr weil ich gerade noch so schön hochspannung habe tut mir leid für euch ihr seid ja noch jung aber ich weiß nicht was ich auch lustig finde also zum wahren ich sage jetzt nicht dass er komplett anders aussieht wie zum wopo als er jung ist aber der hat also son gohan hat schon einen unterschied zu son goku als also wo sie beide jung waren also auch wo son goku jung war aber als son goden finde ich der sieht genauso aus wirklich genauso wie äh son goku als er ähm jung war also wirklich genauso ich finde das eigentlich gar kein unterschied ey die sehen die sehen einfach komplett gleich aus gut der war aber auch nicht schwer der kampf der war sogar nur normal und wir hatten ja auch schon schwere kämpfe die mehr als leicht waren und gut ich habe eigentlich noch ein bisschen zeit kommen den leichten kampf werde ich noch machen weil ein bisschen zeit habe ich ja noch ist dann nur ein gegner habt ihr ein bisschen mehr auch noch gut sogar ein move habe ich noch freigeschaltet maximalwert hat sich erhöht bild freigeschaltet gut gut komm ja oder ja komm machen wir wenn er ein bisschen länger wird ist ja auch nicht schlimm ach so ist wieder wieviel treffer in 60 sekunden ich landen kann ok super angriffe gucke ich mir aber noch schnell an ja dann heißt so heißt der kampf geht eine minute kann ich mit leben und gut hier habe ich ja supermassenko euch freigeschaltet ne das mache ich nicht dafür mache ich supermassenko dann und die einstellungen sind damit beendet und dann würde ich sagen machen wir jetzt den kampf noch eben und ja danach ist der partner vorbei und den nächsten part machen wir dann den einen boss fight nein schon wieder alles gefehlt verdammt ja ist ok nein wie ich sowas hasse alter pussy mann ich hasse die wenn die die ganze zeit so so ein strick nach hinten machen und dann deswegen fehle alter ist ok jetzt WTF mein gott so hier krieg ich super kam mir ab oder habe ich da nein natürlich habe ich nicht genug viel dafür zack nein 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 boah gut dass ich das geschafft habe abzuglocken alter ja danke super kam mir ja wie schnell das auf einmal gemacht hat ey WTF ich glaube ich werde hier auch mal das war da ich weiß gar nicht wie viele treffer das hat werden wir dann hier sehen wenn es trifft und es wird treffen oder ja es zeigt dir zu zeigen was mein papa und ich keine ahnung äh äh jo 10 treffer ok ist nicht schlecht zack 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 bam zack ok da steige ich den immer so weg das finde ich irgendwie ein bisschen ich bin aber er hätte siegen ne seine gesundheit lädt sich ja sogar wieder auf äh nein 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 ach natürlich trifft er das noch man nein er ist nur das ne was ne unnötige superattacke ey ich mache nicht mal viel schaden zack was ich ein bisschen doof finde oder wahrscheinlich habe ich die einfach noch nicht rausgefunden bei dem äh ne kombo die ich danach noch weiter schlagen kann wahrscheinlich habe ich die einfach noch nicht rausgefunden bei den anderen konnte ich ja einfach zu ende schlagen und bla bla keine ahnung äh aber ist egal ich finde sowas halt und zwar irgendwie trotzdem cooler wird schon irgendwie klasse vielleicht finde ich das ja auch noch raus und ja neuer move und das zweite bin ich natürlich äh wieder so schlau wie ich bin übersprungen aber wahrscheinlich ist da wieder der Maximalwert gestiegen und ja wie immer hoffe ich dass der Part euch gefallen hat und ich sag's wie immer tschüss bis zum nächsten mal